Ähm, ich seh von links vom Yui kommen welche her? The left. Ja, wo ist er da? Habt ihr euch hier die Knarren genommen von Jonas? Ja ne. Hat meine wieder cold. Ach nice. Nee, wird tot einer. Da aus dem Wald kommt einer neben der Feuerwacht. Okay. Ja, bringt hier nichts mehr. Ich hab keine Muni mehr. Was hat der Jonas denn für eine Waffe? Äh, na ich glaub die hat ihr... M4. Ich hab die Waffe gerade genommen, aber die beholen sich nicht da da. Die Magazine, wenn ihr sie nicht genommen habt. Ich hab sie nicht genommen. Ja, glaub der Marco genommen. Ich glaub ja auch. Das hat er vorhin gemeint. Und ich hab da jetzt glaub drei oder so gekriegt von denen. Also haben wir noch ne Waffe übrig hier irgendwo? Wär es nicht sinnvoller aufs Dach vom Hotel zu gehen? Ich hab die Verröder schon hier im Rucksack. Unser Feuerwacht untertranbeistet einer. War noch irgendjemand ein bisschen Stannack für mich übrig? Warte ich. Wenn ihr sie nicht wieder wegsackst. Dann muss man waschen. Warte im Rucksack wieder drin, ja. Ja. Oh. Achso, das war meine DMR noch um Ruckler. So. Kannst du erstmal um Ruckler halten? Danke sehr. Ich würd sagen, wir können schon zumindest das Spiel rüber. Okay. Na gut. Waren seine letzten Worte. Warte ich trink noch kurz was. Rüber? Dann los. Aber da, wie gesagt, aufpassen, da hat es neulich einen zerrissen. So, Soundeffekte mal wieder lauter machen hier. Kann man nicht die Helis hier mitnehmen? Keine Ahnung, geht das? Ja, 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 geht das. Außer dieses Flugzeug, das kann man nicht mehr nehmen. Bauen wir hier mal raus. Seht ihr irgendwas auf der Mauer? Da ist gar nichts gesehen. Ich leg mich mal gerade hin. Guck ab bei der Tankstelle. Guck ab über die Mauer entlang. Hat Jonas gerade gefragt, wo man spawnen muss, um zu unserer Base zu kommen? Wie möglich. Ich hoffe, ihr achtet. Das Abholen ist eher ungünstig. Ja, da steht der Hubschrauber noch, wenn er fliegen will, oder? Guck mal hinterher. Hinterher? Na gut. Da wirst du nur fangen. Zickzack laufen. Juchu. So macht das Spaß. Mir wird schwindelig. Ihr wisst aber schon, dass man sich die Beine brechen kann, wenn man übereinander stolpert, ja? Alte Unke. Mein ja nur. Gut. Er rennt vor, ich renne hinterher. Denk dran. So weit vor. Ich werde mich hier gleich in einer meiner Tannen verstecken. Wer ist in Vailo? X Green Gamer, das war nicht für mich bestimmt. Wer ist Vailo? Der Schwibschwager von... Laut Abschüssen dürften nicht mehr so viel übrig sein. Denken wir noch mal am Supermarkt, haben wir noch ein paar. Also einer ist auf jeden Fall noch auf dem gelben Hauskomplex da oben. So, ich bin jetzt in einer Tanne hier. Das ist schön. 35, hallo. Haben wir jetzt insgesamt oder wie? Ja, na gut, der Kataline ist 35. 6 hat Ghosty, immerhin einen hab ich, haha. Kein Wunder, wenn ich abgeschossen werde. Ah, da, die werden das Spiel anzeigen. Auf I musst du gehen. Dann zeigt er dir das an. Da hinten hockt einer, ne? Habt ihr gesehen? Was, wo, 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 wo? Vor den Sandsäcken, direkt. Vor den Sandsäcken, vor Milch. Wie ist das? Ja, ich hab's gemacht, dass einer ist. Ich bin troffen. Ich blute, ich blute. Ich bin bewusstlos in der Tanne, in der vorderen. Shit, 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 shit. Ich bin hier auch in der Tanne. Ich bin ohnehin drauf. Kann nichts. Einfach verbinden. Achso, ich blute es selber. Ich bin gleich. Weiter. Verflucht. Okay, der ist down. Der ist down. Ey, wo war ich? Wo waren der? In Richtung Industrial? Oder auf die Seite der, 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 der? Der saß... Auf den Hinters, äh, vor den hintersten Sandsäcken. Bist du noch bewusstlos? Ja, ja, ich bin noch bewusstlos. Da ist halt in der Tanne. Ja, ja, warte. Sind wir nicht da? Verbind mich einfach. Das ist wichtiger für mich. Kann an dich. Warte. Ach Quatsch, erstmal AP. Malzeln, was ist? Ja, ich bin nicht. Da liegt ja, ja, genau. Ich bin tot. Scheiße! Ego! Ah, fuck. Blöde! Blöde! Das ist der! Der, es liegt im Eingang, oh Gott, da hinten ist noch einer. Willi, die troffen, willi, die troffen, willi, die troffen, willi, die troffen. das entgegen lieber und auch dort immer dort Prozent der Tanne zu machen wo ist in der ich sehe den nicht wo wir so einer ist einer ist unter den zwei Lastern und rechts auf der Mauer oder bei der Bushaltestelle muss auch noch einer sein bei der Bushaltestelle hier gegenüber an der Tanke ja das kann ich so was komm mal hinter die Tanne vielleicht kann Jonas dich abholen Ghostie also mich hat sie auch größer erwischt wo bist du er kannste schon wieder laufen ich bin noch nie Heli geflogen Ghostie bist du schon Heli geflogen ja wieso weil Jonas noch nie äh okay das muss ich jetzt mit Heli kommen oder wie ne du spawnst einfach in Beilo okay er wird immer noch geschossen hat ihr das ich schieße ja ich habe keine Orientierung ich habe keine Ahnung wo der ist ich denke in der ist an der Tankstelle ja auf jeden Fall an der Tanke der da hinten scheint da um zu sein danke mal vorhin der wo ich guckte also die Tanke die Tanke sehe ich die Tanke sehe ich jetzt die habe ich jetzt im Visier es war eher die Bushaltestellen und dahinter irgendwo glaube ich fast äh Gammelkäse hast du dich nicht schon mal gefragt? ach so Chris bist du schon hier hinter der Mauer? ne ich liege immer noch hier ich muss meinen gebrochenen Fuß nochmal und brauche eine Bluttransfusion also Blut und alles habe ich auch im Rucksack weißt du das brauchst Blut ja auch Blut habe ich auch noch ich habe auch noch ich habe alles ich weiß nicht wo der ist ob der noch da ist der auf mich geschossen hat hinter den nicht verschrecken ist der an der Tanke ist der down? ähm ne ich glaube dass der der hat noch lebt hier so der steht ist irgendwo Richtung Tanke ich denke mal eher so an der Mauer oh super ich habe wieder Blut äh 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 okay wie gehen wir jetzt weiter vor wir brauchen ja eine Tanke erstmal die Tanke sehe ich jetzt direkt vor mir aber da rührt sich nichts da ist ein Schmerzmittel bei? oh 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 von hier oh Gott vom Industrial oh Marco hat es schon wieder erwischt brauche ich denn noch Schmerzmittel? hinten oh fuck hinten? was heißt hinten? hinter uns hinter uns dann sind es ja schon drei die da mitkommen hinter uns niemanden ich habe gesagt ja ich bin auch von da beschossen worden ähm ich bin gleich wahrscheinlich an der hä bin ich in Beilo? hat es in Beilo zwei Hochhäuser? äh zwei Hochhäuser? ja da sind höhere Häuser ja ja okay jetzt ist der Rot drin okay bin ich direkt daneben wo seid ihr denn Satzmittel drin oder wo? ich gehe da gleich mal rein ja im Anderstoffel ist auf jeden Fall noch einer mit an die End fehlt der hat gerade Marco gekillt das ist jetzt das ist jetzt aber unser letzter Heli dann ne? scheiße oder wir müssen so nachher einer fliegt hin und geht dann wieder zurück damit wir ein Heli und eine Reserve haben im Notfall ja ja ganz gut ja weil wenn wir alle drei Heli stehen haben ist es ein bisschen kacke ja wir wollen das Ding ja hier eigentlich erfolgreich zu Ende bringen oder? mhm also an der Tanke rührt sich nichts ich traue mich fast gar nicht mich hier zu unterlegen aber doch so halt dann habe ich wenn ich im Heli bin ähm GPS beziehungsweise Navi also Karte Karte müsstest du immer haben ne im Heli ja auch im SUV ich bin hier immer noch unter einer Tanne und traue mich fast schon nicht weg ich gehe mal jetzt nicht das schwer rein seid ihr schon auf dem Weg nach drinnen? ich bin nicht zu meinen gelaufen gerade ich hab's hier vor der Tanne erwischt ich bin jetzt erstmal soweit wieder fertig damit ich wieder mitmachen kann wo bist du jetzt Chris? an der ersten Tanne an einem Dust Jail oh wir haben schon zusammengeschalten also wenn jetzt jemand angekrochen kommt bin ich das ah ja ich seh dich oh oh Gott wer im Auto? haben wir noch hat noch irgendjemand ne Sniper hier? äh hast du noch Muni für die? wir brauchen ne Sniper äh für was denn jetzt? DMR an deiner Hand ich hab was braucht er denn? Munition? ja ich hab warte mal 1 2 3 4 er braucht ne Sniper er braucht ne Sniper das ist grad für ein Leck achso dann müsstest du dir die holen der Heli ist weg? oder du kommst einfach hier rein und dann zeig ich dir den wir haben uns die Helis geklaut alter wie alter wie hä fuck fuck ichs jetzt? das schreibt er grade was ist welchen? hast du den Black Hawk genommen? Frank oder? ich hab den Black Hawk genommen ja also ist ja der U1 ist weg ja da steht keiner immerhin da ist ja man sollte eigentlich fast von euch ähm jemand probiere zurückzukommen ob der Hubschrauber verhandelt hat und wer den Bell U1 D geklaut hat wie dem da steht ein Auto jetzt da da steht ein Auto da ja Frank wo bist du denn? ich bin hier unter der Tanne ähm bei Chris da? bei Chris ja ok dann komm ich zu hast du ihn aussortiert schon oder nicht? du wirst mich schossen pass auf halt mich schossen ich ich scheiße Achtung ich bin hoch ich hab so erwischt ja mich auch nee ich leb noch ich hab so erwischt ich verbinde mich erstmal scheiße wie hier im Eingang ja da steht so ein komisches altes Auto jetzt dafür da war so ein Dattling Capri Fresh D der hat ein komplett leerkranktes Auto und dafür wahrscheinlich den Heli mitgenommen ja was hat denn Fresh D eben geschrieben mit Arsch da? ähm in deinem Arsch oder sowas ja hab ich gelesen was in der Art hat er glaube ich geschrieben wie Frank du lebst noch ne? ich lebe noch ja ich hab erwischt ja ja verflucht ich lebe noch ich lebe noch ich lebe noch ich lebe noch